Die Wendels Jessica und Benjamin. Team Total. Seit Kindertagen reiten sie zusammen Dressur. Ich kann keinem mehr vertrauen als meinem eigenen Bruder und erst dazu noch mein Trainer und mein stärkender Rücken, sage ich jetzt mal. Und ich glaube, das ist ein Riesenvorteil für uns. Ja, wir ergänzen uns sehr gut. Also ich würde sagen, wir sind fast ein bisschen kongenial. Die Jessie ist mehr der Gefühlsmensch, ich bin mehr der Kopfmensch, ich durchdenke das Ganze. Er ist auf jeden Fall wahnsinnig zuverlässig und sehr ehrlich und hat einfach auch Ahnung von dem, was er sagt. Ja, sie ist gefühlvoll und emotional, gleichzeitig aber auch kontrolliert und ja, wir vertrauen uns blind. Natürlich streiten wir auch mal wie normale Geschwister, das ist klar, aber wir wissen, was wir aneinander haben und ja, es ist schon sehr gut. Beide sind ehrgeizig, wollen vorne sein. Doch auch hier zählt das Wir. Wir haben schon immer auch bei Junior und Jungreitern gesagt, lieber der Bruder davor oder die Schwester als irgendwer anderer. Er ist der Kopfmensch und sie der Gefühlsmensch und sie steht jetzt neben mir, Jessica. Ganz toll, dass Sie ein bisschen Zeit für uns haben. Wir haben gerade gehört, Ihr Bruder ist Ihr stärkender Rücken. Das klingt ja wirklich gut. Zugleich, Ihr Trainer ist ja auch eigentlich, glaube ich, immer dabei, wenn Sie Turnier reiten. Wenn er mal nicht dabei ist, sind Sie dann nervöser als sonst? Oh, das ist eine gute Frage. Ich fühle mich auf jeden Fall sehr sicher, wenn er dabei ist, aber nervöser würde ich jetzt nicht sagen, weil wir ja doch auch, wenn er nicht dabei ist, immer kommunizieren und er ist mindestens am Bildschirm, wenn er nicht dabei sein kann. Und wir telefonieren sofort danach, wie er es gefunden hat und wie mein Gefühl war und ja, es ist schon toll, dass wir uns so gut verstehen und immer auch austauschen. Naja, und vor allen Dingen, das ist ja schon wirklich sehr, sehr lange. Sie waren viermal zusammen im Team bei Europameisterschaften. Das gibt es ja überhaupt, das gibt es, glaube ich, weltweit definitiv nicht noch einmal. Mal Sie vorne, mal er vorne. Wird dann abends doch schon so ein bisschen gehackelt, hä hä, ich hatte dich heute oder wie geht das ab? Eigentlich war das schon immer erstaunlich anders, weil wenn einer schon mal gut geritten hat, war der andere schon mal beruhigt, so quasi, der hat schon mal die Familienehre gerettet. Also es war wirklich gar nicht so, dass wir da unbedingt den anderen immer schlagen wollten. Es war natürlich cool, gerade wenn es mal abwechselnd war. Das hat natürlich so ein bisschen angefeuert, den anderen, dass er sich noch mehr anstrengt. Aber es war immer positiv. Also es war nie so, dass man dem anderen das nicht gegönnt hätte oder sich geärgert hat. Es war immer eher so, ja, lieber der Bruder davor oder die Schwester davor als irgendjemand anderer. Sie arbeiten zusammen. Sie haben einen tollen Dressurschall. Sehr idyllisch kann man die Berge sehen, bin ich immer ein bisschen neidisch. Und Sie arbeiten jeden Tag zusammen. Sie sind am Wochenende zusammen. Ganz echt. Er hört es ja nicht. Geht man sich auch manchmal auf den Wecker? Ja, klar. Aber lustigerweise, wenn wir mal Meinungsverschiedenheiten haben, dann ist es meistens, wenn wir in einem Pferd zusammenarbeiten und mein Gefühl sagt das und er meint aber, das muss jetzt so sein oder umgekehrt. Und sein Kopf sagt das. Ja, genau. Sein Kopf sagt das oder wenn ich ihm zuschaue. Und dann trennen wir uns so beim Reiten. Auch wenn ich dann mal auf die Rennbahn gehe und er bleibt am Platz alleine, wenn er das nicht annimmt, was ich ihm jetzt da sage. Und lustigerweise ist es beim nächsten Pferd aber schon wieder gut, weil er dann wieder mein Auge möchte oder ich sein Auge möchte und dann passt. Es geht meistens wirklich um die Sache. Und das ist auch gut so. So ein Pferd ist für einen Reiter ja heilig. Total klar. Tauscht man mit einem Bruder auch schon mal oder geht so weit die Bruderliebe dann doch nicht? Nein. Wir tauschen oft und ich habe echt immer das Glück, dass ich fast auf jedes Pferd passe. Und mein Bruder ist für so eine Zaire zu groß. Die hat er ehrlicherweise entdeckt. Aber ich habe sie ihm dann abgenommen, weil es einfach vom Bild... Sie haben ihm einfach gesagt, das sieht nichts aus. Nein. Und da ist es echt ein bisschen unfair, weil ich von meiner Reitergröße quasi auf fast jedes Pferd passe. Außer auf den Hit. Da passe ich nicht drauf. Da sehe ich aus wie ein Floh auf dem Elefanten. Aber ansonsten habe ich da ein bisschen Vorteile. Und sonst versuchen wir einfach die optimale Pferd-Reiter-Kombination zu finden. Und manchmal ist es gar nicht so schlecht in so einem Ausbildungsprozess, wenn jetzt mein Bruder mal ein Pferd ein bisschen reitet und ich übernehme es dann, weil dann kommt wieder neuer Input oder auch umgekehrt. Dann sieht man das Ganze von einer anderen Sache. Und auch immer wieder gutes Pferd von unten zu sehen. Aber wir tauschen jetzt nicht so im Daily-Business die Pferde und lassen immer voneinander reiten. Das machen wir eigentlich nicht. Das würde wahrscheinlich auch die Pferde ein bisschen durcheinander reiten. Ja. Außer muss ich sagen, wenn ich mal ein Gefühl von ihm haben will. Wenn ich zum Beispiel sage, hey, das fühlt sich so an und er sagt, aber es sieht aber komisch aus. Dann sage ich, dann geh mal drauf und fühl. Also das machen wir schon. Also da haben wir einen guten Austausch. Er ist ja gleich in der Prüfung, die wir hier begleiten werden, noch dran. Sind Sie nervöser, wenn er da einreitet und Sie stehen am Rand oder wenn Sie selber einreiten? Ja, wenn er einreitet. Ich habe so Herzrasen. Ich könnte auch nie filmen dabei, weil ich zitter dann so mit meiner Hand. Also ich bin definitiv nervöser, wenn er reitet.